Heute stelle ich euch so cool Talks vor. Lukas ist ein YouTube Powerhouse. Er interviewt Menschen mit Behinderung, interviewt Menschen, die im Sozialbereich tätig sind, er geht auf die Straße und führt Umfragen durch und er berichtet über News rund ums Thema Inklusion und Behinderung. Aus seinem Kanal sagt er selbst, die Welt ist bunt und ich möchte hier Menschen mit und ohne Behinderung die Möglichkeit bieten sich selbst anzunehmen. Ich sag nur, reinschauen lohnt sich.